Ja, hallo, heute spielen wir Planet Coaster. Und zwar Herausforderung. Ich bin sehr schlecht da drin, aber ist egal. Wieder nehmen natürlich leicht, weil ich scheiße bin. Und es ist der Snar. Ich weiß nicht, Snar. Ja, es könnte auch der Schlangen... Der Snake... Snake Park. Snake Park. Wow, unser eigener Freizeitpark bedeutet Gott. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe eigentlich alles eingestellt. Äh... Ich hoffe. Okay, mehrere neue Forschungsprojekte sind verfügbar. Benachrichtigungen. Es gibt ja alles Herausforderung verfügbar. Forschungsprojekt ist verfügbar. Oh Quatsch. Brauchen wir erstmal gar nicht. Okay, wir haben 18.000. Das erste, was wir machen, ist der Verlange Eintritt. So. Ja, mindestens 1 Euro. Ich würde sagen, Standard und Familie 1 Euro. Weil Familienpreis und so. Nähääh. Ist ja immer... Ja, okay. Ja, würde ich sagen, nehmen wir halt so einen normalen Weg. Und teilen wir so einen Park in mehrere Abschnitte nachher auf. Ich werde nicht so einen Wert auf die Gestaltung legen, sondern eher auf die Funktionalität. Wollte ich nur einmal vorher abgesagt haben. Jetzt gibt es denn hier so... Oh, so ein Vier Lyric. Oder so ein Cube. Aber ich glaube, am S ist es wirklich am besten, wenn man am Anfang gleich mit so einem schönen Karussell hier anfängt. Das Karussell kann gar nicht hier hinten hin. Das ist kein Problem. Dann platzieren wir hier den Eingang und hier den Ausgang. Oh. Oh, ich würde sagen, nehmen wir... Oh, nicht so Holz, oder? Ich glaube, das passt. So. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt geht. Vielleicht mache ich auch noch das mit Abschluss. Oh. Ja, das ist doch noch was. Oh. 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 Vielen Dank. 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 So ein Märchending hier. So. 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 Ja, ich habe jetzt unseren Park nochmal beleuchtet und ich stelle die Zeit dann auch mal wieder auf 10, also morgens, so, sieht man jetzt aber auch nicht die Beleuchtung, also, ich finde das sieht ganz schön aus, dieser wunderschöner Freizeitpark, ich mache es nochmal nachts für die Abmoderation, so, okay, ja, wir sind fertig, ich speichere es aus. Bis zum nächsten Mal.